Keinen Luxus, kein Bling-Bling, doch ich hab nur dich im Sinn und ich folg meinem Instinkt. Du bist 110 Karat, deine wunderschöne Art, an dich kommt niemand rein, du bist ein Diamant. 110 Karat. Hey Leute, hier ist der Luca Henni. So, es geht schon wieder mit Vollgas weiter. Wir sind wieder in Berlin, wo auch anders. Wir sind einfach immer hier, wenn es nämlich um ein neues Video geht, ein neues Single ist draußen, Diamant. Jetzt wird erstmal fleißig geprobt. Sondern schön wäre, wenn das passiert. Auch kameratechnisch, tak, 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 und dann trefft ihr euch. Understand? Aha, dann bin ich so. Du musst natürlich auch so. Ha, ha. Ja, wenn ich mit rechts, dann kann ich mit links nicht mehr. Blink-Kamine. Blink-Kanen-Luxus, kein Bling-Bling. Ne, egal. Hab nur dich im Sinn. Hör mal, du. Ich erkläre mal, du. Ich brauch keinen Ring, keinen Luxus, kein Bling-Bling, denn ich hab nur dich im Sinn. Understand? Ja. Mach mal. Keinen Luxus, kein Bling-Bling. Auf Bling-Bling erst. Keinen Luxus, kein Bling-Bling, denn ich hab nur dich im Sinn. Ja. Richtig, aber ja. Das muss sein. Im Sinn. Im Sinn. Denn ich folge meinem Instinkt. Denn ich folge. Da-da-da-da-da-da-da-bum. Wäre geil. Denn ich folge meinem Instinkt. Und dann wieder da. Denn ich hab nur dich im Sinn. Scha. Denn ich folge meinem Instinkt. Da-da-da-da-da-da-bum. Also doch schon noch da. Wäre schon geil. Da-da-da-da-da-da-da-da. Da. Yes. Kommt da noch ein Bein? Geht dein Buch? Ja, geht. Warte. Gehen wir runter. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Deine wunderschöne Art. Ich glaub ich die Wand. Du bist dein Tiermann. Ja, ich hab die Zeige gemacht. Ja, die Wand vom Cha-Cha. Du weißt ja nicht, Cha-Cha-Krube. Ja, das war mir weg. Ich habe meine Hände, weil ja... Kannst du das so machen? Das ist so schön, das war gar nicht mehr nötig. Nur die erste. Da geht's. Da ist eine schöne Art, und wenn es ganz niemand dran, bist du ein Diamant. Oh, sorry. Super sieht super aus, weil nur deine Art ist super. Sieht sehr gut aus. Wohl, hier rum. Ja. Ich habe mal eine Frage, Hilfe. Ja, das kann ich nur bezeichnen, das ist zu groß. So, quick, gewissig! Kacke, immer ab hier! Wer ist denn ein anderer? So, quick, quick, go. So, quick, quick, gewissig. Ah! Ja, weil es zu spät ist, wenn ich das mit der Handwälte machen kann. Dass du jetzt an ihr so... Exaktisch. Dass du quasi... Was haben wir? Nein, ich hatte die beiden zusammen! Also die beiden zusammen! Kein Luxus, kein Ringling, doch ich hab noch ein bisschen Sinn. Und ich wohne mit meinem Instinkt. Du bist hundertweg, Gott, deine wunderschöle Warte. Yes! Du bist ein Diamant. Und in Krawatte. Er hat viel Alarm. Ich will dich an der Hand. Wie ein Diamant. Schreiß mich an. Schreiß mich an. Schreiß mich an. Schreiß mich an. Ist das sicher lesson? Schreiß mich an. Wie ein Diamant. Wie ein Diamant. Geht das? Ja, das geht. Von hier dreh ich noch mal. Und jetzt dreh es hinten durch. Genau, und jetzt machst du so ein. Das ist quasi der Schritt mit dem Schritt und los. Super! Ja! Ja, das ist servicios für uns. Alles gut. Nein. 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 und dann will ich nur dass du einmal so um sie also so am baum also genau dass ich richtig und was er dich dann so richtig aus ja ich dich aus du musst nur machen ist es am liebsten pack ich dich aus aber nicht so und ich wirklich nur so dass du richtig sind wir zu hause ich weiß doch nicht was ich mit meinen füßen wie würdest du ihren kleid aus das leck zurück aber das rechte also wo war es kann sich schwer sein aber warum man hier einfach und du kannst zurückgehen dass warum mit dem bein da aber macht man wirklich so als würdest du zurückgehen wo aber nicht so gut so geht auch nicht ich will dass du wirklich so wohn und dann gehst du ja direkt wieder meine güte das kann doch nicht sein ich habe die hand nicht gefunden einfach nur schwingt mit dem saug und macht so von hier einfach schwingt richtig so und dann entspannen und da 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 exakt ja aber richtig ja ja let's do it again gut aber und sind wir zu hause pack ich dich aus wie mon chéri Liebe liegt so schwer entfacht ich dachte ich muss sie angucken ich bin da so rein so und hier zur kamera und dann so als würdest du es fühlen so ein bisschen romantisch nicht so komm hier hier ist ein baum du hast schon wieder angeguckt ja nicht angucken nein bitte mal mach mal bitte romantisch einfach so bei ihr denn jetzt musst du schwer sein romantisch that's better that's better da 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 fern ist in der Art da da stoppa da ba bist dein Diamant ha 110 karat na 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 blende ich an der Hand du bist dein Diamant ha nimm ein Diamant ha nimm ein Diamant ja und kein Luxus kein Blink doch ich hab nur ein bisschen Sinn und ich brauch mein Instinkt du bist heute ein Fingerhaut deine gute schöne Fahrt und ich komm immer an du bist dein Paulmann und ein Tinkerrad und mein Herz schlägt alle Hand du stellst dich an der Hand du hast du hast Hast du du hast du hast endlich du hast du hast du hast Sorry, ich komme zu weit nach links, ich kann das nicht nach oben. Nein, nein, es gibt einfach nur einen dicken Daumen schlecht. Und ich wohne mit meinem Instinkt, du bist Hundertenker hart, weil du von der Stimme lehrst. Ach, ich komme niemals an, du bist ein Diamant. Hundertenker hart und mein Herz, ich lebe alle auf. Ich fühle dich von der Hand, wie ein Diamant. Wie ein Diamant, wie ein Diamant, wie ein Diamant. Ich fühle mich an. Ich brauche keinen Ring, keinen Luxus, kein Bling Bling. Doch ich habe nur dich im Sinn und ich folge meinem Instinkt. Du bist Hundertenker hart, deine wunderschöne Art. An dich kommt niemand rein, du bist ein Diamant.